Keine Lust mehr auf die Lust, keine Lust mehr auf die schönste Nebensache der Welt, gerade nach Geburt und mit Kindern. Kann das ein Thema für viele Paare sein? Woran das liegt und was man dagegen tun könnte, das erfahrt ihr in diesem Video. Es gibt nicht wirklich viel Statistik über den Libidoverlust nach einer Geburt oder auch dann mit Kindern. Die Dunkelziffer ist extrem hoch, das erfahre ich auch täglich in der Praxis. Ein Thema, was häufig auch stört, auch gerade nach Geburt und mit Kindern. Und das ist ein wichtiger Zusatz, denn viele denken, nach so einem halben Jahr nach der Geburt, da müsste es ja wieder so sein wie früher. Kann ich euch direkt den Riegel vorschieben, das ist bei vielen eben nicht so. Und das Kind kann 5, 6, 7 Jahre alt sein. Trotzdem mag es sich noch nicht so richtig einstellen, das, was man früher einmal als Libido empfunden hat. Und das Thema Libido an sich ist hochkomplex. Das hat man nicht innerhalb von mal 8, 9, 10 Minuten hier besprochen. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, was auch die Hormone mit der Libido zu tun haben. Dürft ihr euch gerne einmal anschauen. Und jetzt kommt ein weiteres Video, was aber trotzdem das Ganze natürlich nicht vervollständigen kann. So, wo soll man anfangen? Nehmen wir mal die physischen Faktoren, die körperlichen Faktoren. Ich kenne keine Frau, die nach einer Schwangerschaft sagt, ich bin genauso körperlich, wie ich vorher war. Gibt es einfach nicht. Der Körper verändert sich. Und es verändert sich die Haut, es verändert sich die Haare, es verändert sich der Beckenboden. Es können Verletzungen bei der Geburt aufgetreten sein. Damit meine ich jetzt nicht nur Dammverletzungen oder auch vaginale Verletzungen bei einer vaginalen Geburt, sondern eben auch bei einer Sektio, also einer Bauchgeburt oder auch dem Kaiserschnitt gibt es große Narben. Und die können auch nicht nur optisch etwas verändern, sondern eben auch von der Gefühlslage. Und das kennen wir alle. Das kennen wir alle schon nach dem Friseurgang. Wenn wir bei der Friseurin beim Friseur waren und schauen uns zu Hause in den Spiegel, finden wir uns auf einmal sehr viel attraktiver als vorher. Und es war nur ein Haarschnitt. Es sind nur Haare. Aber das kennt fast jeder, diesen Effekt. Und jetzt stell dir vor, du stellst dich vor einen Spiegel und hast dich, sagen wir mal 31 Jahre lang, so gekannt, wie du dich immer gesehen hast. Einfach ganz normal. Das ist mein Körper. Ich fühle mich mittlerweile ganz gut damit, im besten Falle. Oder auf einmal vergehen neun Monate und dein Körper sieht anders aus. Und das in den Augen vieler Frauen, nicht im positiven Sinne. Das sind physische Dinge, die man ja auch teilweise sehen kann. Dann nehmen wir mal die nicht ganz sichtbaren Dinge, die trotzdem stattfinden. Und das sind einfach die hormonellen Veränderungen. Rudern wir aber mal zurück und sagen, gut, die Frau, naja, stillt jetzt ihr Kind nach der Geburt. Da wissen wir ganz genau, das Stillhormon Prolaktin geht nach oben. Und das führt zwangsläufig dazu, dass die körpereigenen Hormone Östrogen und Progesteron runtergekurbelt werden. Der Zyklus findet einfach während der Stillzeit sehr, sehr selten statt überhaupt. Die meisten Frauen haben keine Periode, während sie stillen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie voll stillen. Und dieser massive Östrogenmangel führt genau zu demselben Bild, den viele Frauen in den Wechseljahren haben. Es gibt eine vaginale Trockenheit. Vaginale Trockenheit in den Wechseljahren. Auch hier habe ich schon ein Video zu gemacht. Und das kann richtig unangenehm sein. Das brennt, das juckt, das kann einfach sich sehr unangenehm selbst beim Laufen anfühlen. Und dementsprechend hat man auch nicht wirklich Lust auf Geschlechtsverkehr. Und eins sei noch mal dazu gesagt zu den Hormonen. Östrogen und Progesteron sind zwei natürliche Antidepressiva. Die haben im Gehirn Rezeptoren, wo sie andocken und zu einem Glücksgefühl, Wohlbefinden beitragen. Fehlen diese Hormone, kann es sein, dass Frauen sich depressiv verstimmt fühlen. Summa summarum mit dem Selbstbild, was man hat oder hatte. Und diesem Selbstbewusstsein, was jetzt vielleicht ein anderes ist, den körperlichen Veränderungen, den hormonellen Veränderungen, haben wir schon drei, vier, fünf Faktoren, die einfach nicht gerade förderlich sind für die Libido. Und jetzt kommt noch was dazu, was ja viele auch unterschätzen. Das ist zum Beispiel der emotionale Faktor. Stress mit Kind, ganz ehrlich, haben wir alle. Und ganz ehrlich, haben die Frauen einfach mehr als die meisten Männer. Es ist also auch ein hohes Maß an Verantwortung, was die meisten Frauen schultern. Dazu kommt natürlich ein Schlafmangel, gerade am Anfang, wenn die Kinder in den ersten zwei Jahren einfach nicht so richtig super gut durchschlafen. Du drei, vier, fünf, sechs, siebenmal wach wirst in der Nacht. Und am nächsten Tag ist die Energie halt einfach weg. Man hat einfach sehr viele Aufgaben als Mama. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Mental Load. Mental Load ist einfach nicht zu unterschätzen, das, was eine Frau am Tag leistet und auch in der Nacht leistet, woran sie alles denken muss. Also noch ein Stressor mehr, sage ich mal, der jetzt nicht gerade erträglich ist zum Energiegewinn. Und man braucht Energie und Wohlbefinden, um Libido zu empfinden. Und dann möchte ich noch einen Punkt ansprechen, wo ich weiß, in den Kommentaren jetzt auch wieder stehen wird, Nee, nee, bei uns ist das aber ganz anders. Aber in der Regel hat die Frau und die Mama einfach mehr Körperkontakt zu dem Kind als der Papa. Und hier ist man auch einfach, wenn man 24-7 am Anfang ein Kind an sich dran hat und selbst wenn das Kind drei, vier Jahre alt ist, hat man statistisch gesehen einfach mehr Körperkontakt. Ich meine wirklich Körperkontakt zum Kind als Mama als der Papa. Die Brust war früher eine erogene Zone und wird sie auch wieder sein. Aber in dem Augenblick ist die Brust für das Kind da. Und wenn man sich vorstellt, man hat gerade eine halbe Stunde Einschlaf gestillt, 20, 30 Minuten später, wenn man aus der Einschlafbegleitung rauskommt, möchte da jemand schon wieder dran, aber mit einer anderen Intention. Dann kann man sich vorstellen, auch als Mann, dass da kein Bock besteht, dass man einfach keine Lust drauf hat, jetzt schon wieder berührt zu werden. So, dann kommen wir endlich zu dem Punkt, okay, er redet und redet, aber was können wir tun? Wo ist die erste Anlaufstelle? Und da muss man sagen, es ist ein bisschen tricky, gerade auch in Deutschland. Also erste Anlaufstelle sind sicherlich auch wir Gynäkologinnen und Gynäkologen das Thema zumindest mal angerissen zu haben. Natürlich sind die wenigsten Gynäkologinnen und Gynäkologen jetzt auch Sexualtherapeutinnen und Sexualtherapeuten. Jetzt kommt eine kleine Schwierigkeit, denn diese Berufsbezeichnung ist nicht gesetzlich gesichert in Deutschland. Es kann sich theoretisch die Nachbarin Frau Meier und Frau Müller Sexualtherapeutin nennen, ohne dass man das irgendwie anprangern kann. Und das macht es ein bisschen schwierig. Es können Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Psychologinnen und Psychologen, auch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker diesen Titel tragen. Also gut informieren vorher, ein bisschen Referenzen lesen, Mundpropaganda ist immer wichtig. Und dann sind solche Sexualtherapeutinnen und Sexualtherapeuten aber eine gute Anlaufstelle, weil die wirklich auch das Ganzheitliche beleuchten können. Also welchen Mensch, Frau habe ich jetzt vor mir? Wie steht die gerade in ihrem sozialen und Berufsleben da? Wie ist einfach das Gesamtpaket Frau? Und genau dasselbe auch für den Mann. Wie ist da das Gesamtpaket? Was gibt es für partnerschaftliche Konflikte vielleicht auch? Was wurde schon besprochen, was nicht? Also das hat man nicht in ein, zwei Sitzungen mal erledigt, das Thema. Und hier ist die Regel, wenn es dich stört, die Partnerin, Partnerin stört oder die Beziehung stört, dann wäre das ein Indiz zu sagen, wir brauchen da einfach professionelle Hilfe. Ja, und das Thema Mental Load, das hat dich gepackt. Na gut, ich verlinke es dir hier oben, kannst du dir gerne nochmal angucken. Und das andere Libido-Thema mit den Hormonen hat es dir auch angetan. Verstehe ich total, kannst du dir hier unten einmal anschauen. Und das Wichtigste, was du tun kannst, um mir zu helfen, euch zu helfen, ist ein Abo dalassen. Vielen Dank.